Was sind wir? Die Fantastischen Fünf! Was wollen wir? Gewinnen! Mädchenfußball ist etwas ganz Besonderes und an der Stelle vorneweg mal. Wir begehen am 28.04. ein Tag des Mädchenfußballs, organisiert hauptsächlich über das Schulamt und Paten sind wir als FFC, als Frauen- und Mädchenfußballverein. Wir wollen damit erreichen, dass viele, viele Mädchen sich in den Altersklassen U9, U11 und U14 finden, die gemeinsam Fußball spielen können. Wenn es Freundinnen sind, die einfach nur mal das ausprobieren wollen, anmelden können sich die Mädchen in den Schulen über ihre Sportlehrer oder über ihr Sekretariat, aber auch auf unserer Homepage. Wie stark sind die Mannschaften zu nominieren? Also hauptsächlich sind es immer vier Spielerinnen und es kann immer eine Ersatzspielerin mitgebracht werden. Und gespielt wird in der Regel so zehn Minuten. Los, Lidia! Vier! Lidia, los! Ja! Die Fantastische Fünf! Abgelaufen, komplett abgelaufen. Marolin! Die letzten Sekunden beim vierten Vera Mädchenfußballtag 2014. Was gibt es da für Preise? Die ersten bekommen Medaillen, die ersten drei platzierten und alle Teilnehmer bekommen eine Urkunde. Der Tag des Mädchenfußballs findet am 28.04. ab 14 Uhr in Heinrichsgrün auf dem Kunstrasenplatz statt. Ich habe mich noch im Grunde ver Gandenmaid gesetzt. Ich bin maakinnenlu. Und dannhoe告诉 ich es das Pa antisup majority. Untertitelung des ZDF, 2020